So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir uns wieder an der Endlos-Herausforderung probiert und ich möchte es aber nochmal probieren. Ich bin ein bisschen angefixt. Ich will weiter als meine drei kommen. Es muss doch möglich sein, dass wir innerhalb von drei Leveln drei brauchbare Level auch bekommen. Das muss doch möglich sein. Es kann doch nicht sein, dass wir immer irgendwann einen totalen Mist bekommen, den man nicht spielen kann. Ja, wir wollen No-Skip weiterhin machen. Oder wollen wir mal nicht No-Skip? Wollen wir mal Skippen? Wenn es dumm ist? Weiß es nicht. Nein, wir spielen No-Skip. Wir spielen weiter No-Skip. Muss mal kurz gucken, ob hier irgendwo schon eine rote Münze ist. Ich sehe hier keine. Oh, Junge. Den muss ich mitnehmen, ne? Ah, nein! Aber warte, der kommt zurück. Der kommt zurück, dann kann ich auf ihn weiter, weiter dingsen. Das ist okay. Achso, die roten Münzen sind hier noch gar nicht relativ... Ha! Ich kann hier hoch und ich kann hier runter. Ich kann hier einen Yoshi. Okay. Ich krieg hier nen Yoshi. Aber ich hab halt jetzt nen Checkpoint nicht. Wait, hier sind die ganzen Münzen. On, off. Ich drück den mal, ich hab keine Ahnung. Dann sind die Münzen nur Bonus, oder was? Ach, ich befürchte, dass ich den genau ungünstig aufmache. Ah, es passt. Es passt. Glück gehabt. Okay, und jetzt? Oh boy. Nein, 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 nicht. Oh, ich hasse alles. Ah, da war ich zu aufgeregt. Mist. Das weiß man halt auch nicht. Dass dann solche unschönen Dinge passieren. Wir gehen wieder oben rum. Ich hab das Gefühl, dass hier oben rum ist, äh, weiß ich nicht. Es führt mich auf jeden Fall wieder zum zweiten Mal zum Leben, insofern ist das schon mal gut. Oh, ich hatte gerade Angst. Weil ich gerade so ein Trolle im Willkenspiel habe, jetzt habe ich immer Angst, dass hier irgendein Quatsch passiert. Mann, Mann. So, den müssen wir drücken, haben wir gesehen. Hä? Null. Okay, das sollte besser passen jetzt. Eis. Ah, naja. Ist auch wieder nur so ne Lücke. Oh nein. Okay. So, können wir Yoshi irgendwie behalten, indem wir gleich wieder auf ihn drauf hüpfen. Nein, jetzt bin ich da durch. Nein, jetzt bin ich da durch. Jetzt habe ich da erst recht Quatsch gemacht. Weil ich bin von ihm abgesprungen, bevor das Feuer los ist und dadurch hat mich das Feuer sofort gekillt. Ahhhh. Dumm. Er ist wurscht. Ne, der ist sofort weg. Keine Chance, da irgendwas zu machen. Okay. Ich muss den besiegen, ne? Ich muss den besiegen, ne? Ahhhh, ich bin so doof. Ich verstehe es. Ich bin so doof. Aber wir starten hier. Wenn ich jetzt gewinne, gehen wir zumindest mit, äh... Also mit, mit... Nicht mit Gewinn raus, aber ohne Verlust. Ich muss die da einfach reinschicken. Das ist alles. Ich bin so eine Nuss, ne? Ab mit dir. Ab mit dir. Ab mit dir. Mist. Ab mit dir. Mist! Ab mit dir. Bin ich mal ein bisschen vorsichtiger jetzt? Ab mit dir. Ab mit dir. Tschüss. Und jetzt kriege ich ja noch Geld. Thanks. Das ist dann wohl das Ziel. Ja, das ist das Ziel. Das haben wir vorhin auch gesehen. Das ist der Dings. Ich hab jetzt halt keine Ahnung, was der andere Checkpoint mir gebracht hätte hier vorne. Was die Röre mir gebracht hätte. Ich nehme an, dann hätte ich die Leben nicht bekommen. Ich weiß es aber nicht. So oder so ist okay. Wir sind mit Saldo Null rausgegangen. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So, let's go. Wir könnten hier 18 Leben haben, aber haben wir halt nicht. Ist in Ordnung. Immerhin haben wir keinen Verlust. Wenn irgendwo jetzt ein Swamp ein P-Switch drückt, bin ich komplett am Arsch. Bitte troll mich nicht. Okay. Wait in die... Ich bin so doof, ich kann doch gar nicht in die Tür rein. Oh, wieso probiere ich es denn überhaupt? Was ein Quatsch. Ist hier irgendwas, was mir was bringt? Nein. Okay. Wait. Ich muss in die Tür rein, oder was? Ach so. Geht das? Ach. Hä, wieso kann ich Neustart drücken? Ach, weil ich schon tot bin. Ich habe da eine Idee, aber ich weiß nicht, ob das geht. So geht die Idee übrigens nicht. Aber wait, das müsste ich doch dann hiermit auch machen. Ah, ich kann die nicht in die Hand nehmen, so, ne? Oh nein, ich muss das von unten... Kann ich die überhaupt in die Hand nehmen? Nein! Hä, wie kann ich denn... Ich wollte den in die Hand nehmen und dann da hinwerfen und dann über die... über die... über das Ding laufen. Ich kann das gar nicht nehmen. Oh no! Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr, Ersteller. Oh no! Jetzt bin ich beim Checkpoint. Das muss jetzt aber reichen. Ja. Ja. Ich will das nicht nehmen. Okay. Okay. Geh weg! Geh weg! Nein, eins sollte ich liegen lassen. Als Starthilfe. Oh yes! Halleluja! Leck mich doch... Leck mich doch fett! Im Ende des Leben noch mitgenommen. Oh yeah! Mario-Same! Oh, diese Level, ne? Danke für nichts. Secret Life of Pets SMM-Version Ich hab jetzt halt überall Angst vor Trollmiss nach den Leveln gerade. Ei! Aber ich glaube, dem Level kann ich vertrauen. Das wirkt freundlich gebaut. Also es ist so eine Art Zoo, ja? Okay. Also bisher ist es ein Zoo. Es stellt sich mir jetzt halt die Frage, warum es bei Hard ist. Wo stirbt man denn hier? Bisher ist es einfach nur ein Zoo-Level. Okay. 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 Hier beginnen die Leute zu sterben. Ich komm nicht an die Blume rein. Oder komm ich? Nein, komm ich nicht. Lass mich in Ruhe. Tschüss. Checkpoint. Sehr gut. Aber auch das ist alles noch hier voll machbar. Auch nix gefährliches. Da ist jetzt mein... Wow! Hi! Den hab ich nicht gesehen. Oh mein Gott. Da wär ich jetzt fast reingerannt. Oh, da wär ich jetzt fast reingerannt. Das wär jetzt blöd gewesen. Ei, 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 ei. Jetzt macht der hier alles kaputt, oder wie? Äh, kein schöner Sprung. Passt. Passt. Auch ein Checkpoint. So, wir haben gleich unser Leben, unsere drei Leben zusammen. Wenn wir dann das Level beenden, haben wir einen Gewinn gemacht. Aber ich habe Bedenken. Das scheint noch eine Weile zu gehen. Der geht rüber, ja? Okay. Okay. Okay, ich muss den hier auslösen. Aber es ist ein sehr schönes Level. Also, kann man überhaupt nix sagen. Ja, ich wollte ein Herz geben. Gebe ich halt noch kein Herz. Kann ich jetzt ein Herz geben? Dann gebe ich halt kein Herz. Ich vergesse ich es halt am Ende wieder. Aber ich fürchte, es kommen auch Bosse am Ende. Wenn das so, ne? Dann geht hier alle Level, alle Gegner durch. Okay. Da wird auch Bosse am Ende kommen. Okay. Vorsichtig. Na gut. Na gut. Ärgerlich, aber kann man nicht ändern. War ja gleich hier. Wir haben ja nicht viel verloren. Ich muss halt einen vorsichtigen Sprung machen. Aber, naja. Seht ihr ja selbst, ist halt nicht so... ...so simpel. Ach, da ist es. Habe ich jetzt nicht gesehen. Oh, kein Bosse am Ende. Yes. Ich glaube, jetzt haben wir insgesamt zwei Leben bekommen. Na, eins haben wir verloren. Zwei haben wir bekommen. Jetzt kann ich toll, toll machen. Sehr schön. Ei, 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 ei. Und die Möglichkeit, den Rekord zu holen. Auf vier. Auf vier Level. Oh Mann, elf Leben. Elf Leben Zeit. Space Flight. Okay. Klingt erstmal nicht nach Troll. Klingt erstmal nicht nach Troll. Ich ahne, worauf das hinausläuft. Nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. Ich hätte eine Bombe mitnehmen können. Das ist mir bewusst. Okay. Soweit werden wir nicht getrollt. Okay, jetzt geht das los. Der will, dass ich den hier mache. Ja, gut, den muss ich auch machen. Ich glaube nicht, dass es reichen wird, mit dem Trick rüber zu kommen. Wir können es mal probieren. Aber ich glaube, das reicht nicht. Wir probieren es einmal aus. Oh shit. Oh shit. Ja, jetzt bin ich sowieso im Spinny. Jetzt bin ich sowieso im Spin-Mode. So. Okay, den kann ich wieder rein. Ah, es geht sogar. Äh. Hier muss ich das so, glaube ich, sogar machen. Also teilweise ver... Oh mein Gott. Komm her. Ja. Mist. Na komm her, jetzt. So. Gut. Indem ich den jetzt so lasse, werde ich den immer wieder treffen. Das passt. Nice. Checkpoint. Moment. So. Ich habe Angst, den an aufzudrücken. Ich scheine ihn nicht drücken zu sollen. Also drücke ich ihn jetzt mal nicht. Das wirkt nicht, als ob ich ihn drücken soll. Nein. Okay. Ja. Jetzt ist die Frage, ob ich spinnen soll oder nicht. Aber ich kann ja auch so noch spinnen. Oh no. Ach so. Ach so. Ach so. Aber jetzt habe ich keinen Pilz mehr. Kriege ich einen Pilz? Ich kriege hier keinen Pilz. Mist. Und dann komme ich da runter. Ah. Ich verste... Okay, okay, okay. Oh je. Ja. Seht ihr das? Da komme ich nicht alleine rüber. Oh, da brauche ich den Swamp auf jeden Fall dafür. Aber ich muss den doch drücken. Oh gut. Jo. Können wir dann los, Kollege? Hast du... Du hast keinen. Ach, verdammt. Okay. Der hat auch keinen. Oh, Junge. Okay, jetzt hier rüber. Jetzt muss ich hier so quer durch. Und kriege ich hier meinen Pilz. Und kriege so einen Panzer. Aber da muss ich jetzt vorsichtig ran. Okay. Das war nicht, was ich wollte. Oh ne, ich muss bis dahin kommen. Scheiße. Ich muss jetzt... Kriege ich keinen mehr? Kriege ich einen? Ah. Ja, ich hab's... Genau das hab ich befürchtet. Ach, Mann. Mist. Mist. Mist, 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 Mist. Okay, vorsichtig. Rüber, 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 rüber! Ah! Scheiße. Okay, wir haben noch ein paar Leben. Wir haben noch ein paar Leben. Dann verstehe ich den Teil hier aber überhaupt nicht vom Bauen her. Warum wir da so viele On-Offs hinsetzen und nicht einfach einen oben? Wenn man doch sieht, dann nachher brauchen wir den. Verstehe ich nicht. Aber ist egal. So, let's go. Zum Glück schlappt das ganz gut. Jetzt einfach nur runter. Okay, erst Pilz. Und dann müssen wir ein bisschen vorsichtiger dadurch. Deutlich vorsichtiger. Einfach durchrennen war halt nicht so klug. Und wir haben ja auch genug Zeit. So ist er nicht. Wait, aber jetzt muss ich... Ach so! Der hätte ich den einfach da... Ich hätte den einfach da hinten... Ich hätte den gar nicht aufsetzen sollen. Ich hätte den einfach hier hinkicken sollen. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme da nicht mehr raus. Könnt ihr mich irgendwie treffen? Oh, verdammt! Der rutscht da halt nicht durch. Ich bräuchte einen Block mehr, der offen ist. Ah, nein! Ich kann den nicht durchwünschen. Das geht bestimmt irgendwie. Mit genug Anlauf. Ah, nee! Aber ich fände... Ich werde den halt jetzt auch nicht los. Scheiße! Ich kann nichts machen. Das darf doch nicht wahr sein. Kann man die irgendwie loswerden von selbst? Kann man die irgendwie absetzen? Nein! Das wollte ich nicht. Freiwillig absetzen. Oh, warte. Kann ich... Nee, ich kann hier keine Stampfattacke anfangen. Ich kann nichts tun! Ich bin komplett im Arsch. Pfff! Weil wenn ich neu starte, müsste ich ja von vorne... Ich muss jetzt die Zeit abwarten. Ne? Neustart würde mich ja... Ich meine, erst mal toll. Aber Neustart würde mich ja... Ach, so blöd, dass ich nicht zwei aufgemacht habe. Ich hätte einfach nur zwei aufgemacht. Das ist so selten dämlich. Ich kann mich nicht da reindrücken. Ich bin zu doof dafür. Das muss irgendwie gehen. Mit Sicherheit geht das irgendwie. Sich in so eine Lücke reinzuschieben. Guck mal, das geht... Ich krieg's nicht hin. Bei 3D-Wert könnte ich so rüberrollen, ne? Das kann ich hier aber halt auch nicht. Und der kann auch nicht so krabbeln. Künstlerpech. Und es trifft mich an der Stelle halt auch nichts. An der Stelle trifft mich halt auch nichts. Ach, das darf nicht wahr sein. Ich meine, ich kann's noch probieren. Wir haben ja noch Zeit. Irgendwas hier auszuhören. Ich müsste nur einen zweiten Block... Ist egal, ob der links oder rechts ist. Einen zweiten müsste ich aufkriegen. Das ist alles. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Oder ich hätte einfach den hier vorher aufspringen müssen. Das sind alles so Geschichten. Wie kann man denn so ein Pech haben? Oder ich müsste mich irgendwie treffen lassen können. Nichts geht. Nichts geht. Ich bin hier komplett... Ich sitze hier komplett fest. Das ist unfassbar. Aber gut, wir haben's geschafft. Die Zeit ist durch. Das war die dümmste Idee in diesem Spiel, die ich je hatte. Das ist einfach nicht mein Ernst, ey. Und jetzt So. So. Egal. 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 Es ist so dämlich, was passiert ist. Es ist so dämlich. Okay, was tun wir hier? Lande ich richtig? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Puh. Okay, let's go. Da unten ist es Ziel übrigens. Aber vorher kommt noch ein Bowser. Okay. Kommt er jetzt sofort? Ja. Und was kommt da unten raus? Ah. Ein Schutz, an den ich jetzt nicht mehr rankomme. Cool. Ist das jetzt mein Ernst? Dankeschön. Oh, ich bin doof. Okay, das muss jetzt funktionieren. Ah! Jo. Ciao. Oh boy. mehr Glück als Verstand. Äh. Hilfe? Nicht so. Dass das immer da liegen bleiben muss. Ich fall halt runter. Äh. Das ist halt das Problem. Ich fall halt runter. Wenn ich den so nehmen will. Muss den irgendwie rüberschieben. So. Perfekt. Halt die Klappe. Ähm. 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 Oh boy. Nein, ich hab verfehlt. Warte, kann ich den so? Oh oh. Mist. Schande. Okay. Alles mit der Blume hat fast funktioniert. Fast. Nicht ganz. Okay. Let's go. Ich mach hier Quatsch. Oh Junge. Ich mach hier ganz großen Quatsch gerade. Mist. Oh. Ach. Hier würde ich. Hier würde ich. Hätte ich überlebt. Naah. Verdammt. Ha. Gut. Der ist jetzt nämlich schon gedrückt. Eieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie nein ich stütze ab was doch nicht mein ernst wie gehe ich denn da geschickt an der stelle gegen den bowser vor es gibt es doch nicht dieser bowser trennt mich von meinem rekord der dann auch nur vier level sind aber hey ach der ist schon gedrückt ich will doch warum gehe ich denn ich kann doch direkt durch blöd kann man auch sein bist nein jetzt ist die blume weg naja jetzt haben wir verhauen das dauert jetzt drei jahre super das ist genau was ich wollte ich muss den anlass besiegen ich krieg den sohne kriege ich den nicht hin ich habe schon eine idee ich weiß nicht ob es funktioniert ich muss es probieren so nicht nein gottes willen und nein jetzt kommt kein neuer nirgendwo nirgendwo Kann ich den einen offscreen und neu reinladen? Oh. Hi. Das wollte ich nicht. Das habt ihr jetzt noch ein bisschen mehr abgeräumt. Oh, ich krieg den aber immer wieder, ja? Ah, dafür hat er den weggemacht. Okay. Aber dadurch, dass Bowser fliegen kann, ich werde es nicht hinkriegen. Nein, es landet er wieder da. Ich hasse alles. Komm her, Koopa. Aber ich glaube, sobald ich den einmal treffe, den Bowser mit dem Koopa-Panzer, ist halt auch vorbei. Nein! Verdammt. Ich hab ein Problem. Ich komm da nicht mehr ran. Hi. Kann ich den nicht irgendwie... Oh, oh. Ich krieg ihn nicht weg. Keine Ahnung, was ich hier tun soll. Yes! Gib mir eine neue Shell. Dankeschön. Ich treffe ihn halt nicht mal. Mein Gott. Jetzt sind alle weg wieder. Oh. Ja, super. Yes! Oh, das wird jetzt echt knapp, ne? So, jetzt haben wir das Setup. Jetzt haben wir das Setup. Jetzt muss nur noch die Zeit mitspielen. Blöd, dass ich nicht vorschwächen konnte mit der Blume. Nein! Und ich darf nicht dumm sein. Das muss auch noch mitspielen. Gib mir das. Ja. Nein, nein, nicht da drauf landen. Ich hab' nicht getroffen. Ich muss hier drei Jahre warten, bis was kommt. Verdammt. Okay. Ja, okay, es ist nicht weit. Jetzt muss ich wieder drei Jahre warten. Oh, nein! Geh weg! Wie viel denn noch? Was ein Endkampf. Nein! Es reicht nicht. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Mist! Ja, komm her. Komm her, bleib hier. Volles Risiko. Nein! Oh, nein! Oh, fuck. Okay. Wenn ich ihn mit der Blume ordentlich vorgeschwächt bekommen würde, würde das alles funktionieren. Oh, boy. Oh, Junge. Oh, Junge! Ich darf halt die dämliche Blume nicht verlieren. Ich würde die Blume ja auch nicht verlieren, wenn ich mich einfach sofort, sobald ich getroffen werde, hier zurückbegeben würde. Dann kann eigentlich nichts passieren. Nur solange ich den habe, kann eigentlich nichts passieren. Egal, wir haben ihn ordentlich vorgeschwächt. Ist okay. Ist okay. Wir haben ihn ordentlich vorgeschwächt. Ist alles in Ordnung. Alles okay. Ich hab' nicht getroffen. Aber ist egal. Wir haben genug Zeit. Ich mach' einfach keinen Quatsch mehr. Okay? Cool. Gut, das passiert nicht nochmal, weil jetzt sind alle weg, mit denen das passieren kann. Oh boy! Hilfe! Gut. Gib mir den. Gut, einfach kein Quatsch mehr machen. Einfach kein Quatsch mehr machen. Alles okay. Ich muss nur den Panzer wieder bekommen. Dankeschön. Dann haben wir immer noch einen Hit. Voll okay, alles super. Das war nicht so super. Oh, na gut. Ist egal, wir haben genug Zeit. Ist alles in Ordnung. Wir lassen uns einfach Zeit. Oh, hi! Oh je, nicht schon wieder der Mist. Das ist immer so kritisch. Jetzt treffe ich ihn nicht mehr. Jetzt ist er zu weit vorne. Ach, Bausi! Okay, alles gut. Ich habe alles unter Kontrolle. Eigentlich hast du gar nicht, aber ist egal. Das war ein schöner Hit. Noch ein schöner Hit. Yes! Immer mehr Hits. Nicht gut. Ah. Okay, der geht weg. Und den... Nein! Ich hasse es, wenn das passiert. So. Gib mir... Gib mir Schutz. Dankeschön. Gib mir eine Waffe. Dankeschön. Wie viel hältst du noch aus, Junge? Nein! Oh Gott. Nicht jetzt noch Blödsinn machen hier. Nein, 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 nein. Ah, nein. Ich habe es getan. Ich habe es getan. So. Skipp mir den und halt die Klappe. Ah, jetzt kommen schon wieder so viele. Mach dich weg. Okay. Okay. Das reicht einfach immer noch nicht. Yes! Oh mein Gott. Und wir kriegen drei Leben. Oh yeah, Mario time. Oh. Was ne Clearzeit. Alter. Neuer Rekord. Neuer Rekord bei No Skip Hard. Großartig. Puzzle Level. Ja, das wird ja super funktionieren. Ich weiß nicht, ob er das tun sollte. Guck mal, hier ist das Ziel. Ich muss durch den Mancha da. Ich darf... Der Swamp darf den nicht killen, ne? Aber jetzt ist schon vorbei. Ich glaube, da ist ein Peacewitch drin. Ich weiß es nicht. Warum ist ne Tür? Der Swamp darf auf jeden Fall nicht sterben. Ich muss den... Den Pau wieder wegkriegen. Geht das? Nice. Warte, wir machen das anders. Wir gehen mit dem Pau da hoch. Da komm ich nämlich auch in die Tür hier rein. Da ist mein Peacewitch. Shit. 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 Jetzt ist der gleiche Mist passiert. Verstanden. Aber wie verhinde ich denn von oben, dass er den aus... Indem ich den Schlüssel vorher hole? Nein! Okay, jetzt muss ich da schnell genug hingehen. Oh, nein! Mist. Oh je. Geht das auch? Nein. Blöd hat jetzt... Ich kann jetzt halt wenig testen, ne? Testen ist jetzt gerade ungünstig. Scheiße. Scheiße. Wird der schon ausgelöst? Ah! Da hab ich einmal... Da hab ich ihn getroffen und dann... Mist. Ja. Nein! Ja, das war's. Schade. Schade. Dann werden wir uns noch kurz das Level angucken, wie's geht. Weil ich glaube nicht zu wissen, wie's geht. Aber ich will's auch abschließen. Na gut. Neuer Rekord. Aber... Nicht, was ich suche. Nicht, was ich suche. Ei. Ei. Okay. Okay, man kann ihn einmal... Ja, das hätte auch nicht gereicht, wenn ich ihn getroffen hätte. Was ich jetzt einmal testen will, ist, ob ich den Pau einfach wegnehmen kann. Schnell genug. Oder ob ich durchrennen kann, vielleicht? Nicht. Ah. Das wäre vielleicht das gewesen, was ich tun will. Ja. Das wäre gewesen, was ich tun will. Ach. Mist. Zu spät. So, jetzt will ich... mit ihm den Schlüssel holen. Das ist passiert. Oh, nein. Oh, nein. Gib mir den Schlüssel. Dankeschön. So. Dann. Wollen wir den P-Switch holen? Ja, aber. Fuck. Wenn ich jetzt runtergehe... Na gut, das ist da oben, das ist egal. Wenn ich jetzt runtergehe... Scheiße. Dann löst ihr wieder den Pau aus. Ich hätte den Pau durch die Tür mitnehmen müssen. Nein, Krieg geht ja nicht. Da ist ja der P-Switch dann. Geil. Okay. Das war nicht, was ich wollte. Ich brauche ja am Ende zweimal den Pau, um die beiden Mannschafts da wegzukriegen. Ne? Ein Pau reicht ja nicht. Ich brauche am Ende zweimal den Pau dafür. Ha. Gut, holen wir uns erst mal den Schlüssel. Den brauchen wir halt auf jeden Fall. Ich könnte kotzen. Das ist so fehlerbar. Man kann so viel schnell, so schnell, so viel falsch machen. Oh, nein. Oh, nein. Ah, Mann. Das hätte ich auch mit 15 Leb nicht hingekriegt im Endlos-Modus. So, komm her. Gut. So, was hindert mich jetzt daran, den Pau hier mitzunehmen? Nix. Wait. Ich kann doch schon mal einen Buncher killen, oder? Bleibt der tot? Nee, der bleibt nicht tot noch. Weiß der gleiche Raum ist. Aber jetzt hätte ich den zweiten Pau. Aber bringt mir das was? Nee, der Cooper ist ja auch wieder da jetzt. Also ist der Buncher auch wieder da. Ja. Und dann ist die Runde schon wieder zu Ende. Oh, ich kann da reinla- Wie kriege ich hier zwei Pau's und den P-Switch rein? Das müsste ich halt mit dem Springboard irgendwas anstellen. Ja. Ja, das war dumm. Ha. Ich verstehe das mit dem zweiten Pau nicht. Die Münzen würden, glaube ich, wegbleiben, wenn die einmal weg sind. Aber jetzt würde er, glaube ich, schon runtergehen. Oh, dann spinne ich nicht mehr, auch interessant. So, jetzt ist zwar ein Muncher weg, aber erstens ist der zweite nicht weg, zweitens die Münze nicht weg. Das mit den Münzen ist nicht das Problem, die kriege ich wieder her. Äh, die, die, ne? Das ist nicht das Problem. Das Problem ist aber, wenn ich die Münzen hier wegmache, komme ich nicht mehr hoch. Oh! Doch komme ich. Aber jetzt darf ich den nicht mehr auslösen. Von hier komme ich nicht zu dem Pau. Äh, zu, zu, zu dem... Nein, jetzt bin ich da reinge... Also, es bleibt dabei. Ich muss als erstes den Schlüssel holen. Dann muss ich mich um den Koopa nicht mehr sorgen. So. Wenn ich den erstmal habe, muss ich mich um den Koopa nicht mehr sorgen. Der Swamp stirbt nicht, wenn er in der Luft ist. Das interessiert den alles nicht. So. Der Koopa interessiert mich jetzt auch nicht mehr. Was nicht passieren darf, ist, dass der Swamp stirbt. Weil dann komme ich nicht mehr hier zu der Tür hoch. Das darf nicht passieren. Wenn ich es jetzt irgendwie schaffen würde, den Pau da unten unter dem Swamp wegzunehmen, Aber das kriege ich halt nicht hin. Aber das ist genau mein Problem. Äh, das ist nicht ganz, was ich... Nein! Nein! Okay, das wird jetzt nicht so schön. Aber es ist immer noch möglich. So. Ich muss den Pau da unten jetzt wegkriegen. Bevor der Swamp runterfällt. Er war schneller. So, hier hätten wir jetzt noch ein Springboard. Wenn ich das Springboard hier habe, könnte ich auch noch was hinkriegen. Aber dafür müsste ich jetzt da hoch. Und es geht nicht beides gleichzeitig. Es geht nicht gleichzeitig, dass das Ding oben ist. Und ich auch. Es geht weder... Es geht weder... Es geht einfach nicht hoch. Auch in Ordnung. Naja, das war es immer noch nicht. Ich glaube, ich kann es so machen, dass der Swamp... Ich muss mal was testen. Wird der hier ausgelöst, wenn ich hier stehe? Ja. Hier auch? Ja, verdammt. Der wird immer ausgelöst. Ab wann wird der ausgelöst? Ab zwei Blöcken. Ab zwei. Verdammt. Irgendwas übersehe ich. Irgendwas übersehe ich fundamental. Das Problem, was ich jetzt gerade noch habe, ist, wenn ich wieder reinkomme in den Raum, ist hier unten der Pau. Und der Swamp killt den. Sobald er runterfällt. Und ich kann nicht schnell genug fallen, bevor das Swamp gefallen ist. Und das Springboard bleibt doch auch da rum. Warte, bleibt das Springboard vielleicht da? Dann hätte ich jetzt nur das Problem. Ah, okay. Jetzt muss ich mal gucken, ob das da bleibt. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass das da bleibt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ne, es wird ja resettet. Sobald ich da in die Nähe komme, haut es den runter. Ja. So. Das ist schon besser, was ich wollte. Aber na, es ist alles weg. Wie verhinde ich jetzt, dass der Swamp runterfällt? Ich kann nur hier irgendwie ganz schnell... Aber ich bin halt nicht schnell genug. Und jetzt komme ich nicht mehr hoch. Ich müsste jetzt nur noch zur Tür hochkommen. Wenn ich jetzt wieder zur Tür hochkomme, dann ist alles okay, weil die Münzen sind weg. Ich brauche den P-Switch nicht mehr. Dann kann ich den Pau verdoppeln und dann komme ich durch die ganze Geschichte hier durch. Na, dann ist alles in Ordnung. Aber das kriege ich nicht hin. Was mache ich mit dem Springboard? Wofür habe ich das? Welchen Nutzen hat dieses Springboard? Oh, Mensch. Kann ich den auch hier drücken? Na so nicht. Ich kann den auch hier schon drücken. Was bedeutet... Ich muss ihn nicht mit in diesen Raum hier reinnehmen. Man müsste den sofort in die Hand nehmen können. Okay, neuer Anlauf. Mit dem, was wir gerade gesehen haben, neuer Anlauf. Es bleibt dabei, dass wir diesen verfluchten Schlüssel erst holen müssen. Das muss ich immer wieder machen. Anders geht's nicht. Ich hasse alles. Nein. Nein! Ich hab da das Springboard nicht... Also in meiner aktuellen Lösung nutze ich das Springboard nicht. Das heißt, wahrscheinlich ist meine Lösung irgendwie jetzt ein Trick. Ich hab keine Ahnung. So, jetzt nehmen wir den mit. Gehen hier durch. So, jetzt... wird es ein bisschen tricky. Okay. Okay. Der ist nicht da. Weil ich den gleich hinter... Ich hab den gar nicht dupliziert. Ich hab den gleichen, aber wenn der... Äh... Aber dann kann ich gar keinen zweiten Pau haben. Ach so. Ich kann die beide kennen. Ich... Wieso dachte ich denn... Ich kann die beide killen. Ich hab immer gedacht, weil man ja immer, ne... Man nutzt ja sonst immer einen Pau, um eine Reihe mancher weiter runterzubringen. Und da war jetzt irgendwie auf dem Trip... Ein angenehmes Slide and Jump noch. Jawohl, das... Das machen wir. Ein angenehmes Slide and Jump noch. Nummer vier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach ja... Ach ja... Nääauw. Nääauw. Ää... Ää... Nicht Blom. Blom. Ai, ai, ai. Nääauw. So, das war angenehm zum Schluss. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.